Wo soll er hin? Wer? Der Penner drüben? Das ist mir egal. Man macht um ihn einfach einen großen Bogen und vergisst ihn. Nicht, weil man was gegen ihn hat. Aber er ist da unangenehm. Ungewaschen. Hat ne Fahne. Ist wahrscheinlich kriminell. Jemand soll was mit ihm unternehmen. Wo soll er hin? Nirgends. Vielleicht dahin, wo er sich waschen kann. Du merkst von Weitem, wie sehr er eine Dusche nötig hat. Wenn deine Nase überhaupt funktioniert. Vielleicht kann er sich im Hauptbahnhof waschen. Und sich unter dem Elektro-Ding trocknen. Ja, aber wo soll er hin? Hey, was habe ich damit zu tun? Ich bin doch nicht die Heilsarmee. Die Heilsarmee? Warum die Heilsarmee? Die kennen sich doch aus. Die haben dauernd mit solchen Typen zu tun, oder? Ja, die Heilsarmee soll sich um ihn kümmern. Ja, und das tun sie auch. Und wissen sie wie? Nee, wie soll ich das denn wissen? Detlef kümmert sich um sie. Er ist Streetworker der Heilsarmee. Der einzige Streetworker unter Obdachlosen in Dresden. Er kennt sich aus. Er hat selber jahrelang auf der Straße gelebt. Aber mit Gottes Hilfe hat er durch die Heilsarmee wieder Fuß gefasst. Jetzt hilft er, dass seine alten Kumpels dasselbe tun. Was macht er? Nun, er lernt Leute kennen. Er besucht sie in den geschützten Ecken und Abrisshäusern, wo sie Unterschlupf suchen. Er bringt einen Kaffee oder vielleicht eine Decke. Oder er besucht sie auch im Krankenhaus oder Gefängnis, wenn sie dort landen. Lohnt es sich? Ich meine, jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied. Natürlich gibt es einige, die wegen ihres verantwortungslosen Lebensstils auf der Straße gelandet sind. Aber die meisten waren anständige Bürger. Ich persönlich kenne einen Studienrat, einen Bundeswehroberst, einen Kinderarzt, einen Kfz-Meister, einen Elektroingenieur und einen, der schon zweimal Millionär gewesen ist. Sie alle sind auf der Straße und schließlich bei der Heilsarmee gelandet. Es kann jedem passieren. So. Wie hilft dieser Detlef solchen Menschen wieder auf die Beine zu kommen? Er begleitet sie zu den verschiedenen Ämtern. Er hilft mit dem Papierkram. Er lädt sie zum Nachtcafé und zum Tagestreff ein. Nachtcafé? Was heißt Nachtcafé? Die Heilsarmee und noch sechs andere Gemeinden nehmen einmal in der Woche während der kalten Monate Obdachlose auf. Sie bekommen ein warmes Abendessen, Frühstück und natürlich einen Schlafplatz. Ein Hotel ist es nicht, aber besser als draußen. Die Heilsarmee ist in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag verantwortlich. Und Tagestreff? Welcher Tagestreff? Die Heilsarmee ist von Dienstag bis Sonnabend 10 bis 16 Uhr für Menschen, die eine familiäre Atmosphäre suchen, geöffnet. Der Tagestreff bietet ein kostenloses Frühstück sowie ein warmes Mittagessen für 50 Cent an. Jeden Tag kommen 65 bis 90 Personen zu diesen Mahlzeiten. Sonst dürfen die Gäste die Zeitung lesen, Schach oder Mensch, ärgere dich nicht spielen oder einfach miteinander plaudern. Was für ein Essen kann man für 50 Cent kriegen? Schmeckt das überhaupt? No, das sollten wir lieber die Gäste selber fragen. Und das ist nicht alles. Eine Kleiderkammer haben Sie auch im Haus, wo die Menschen sich ausstatten können. Jeden Tag gibt es so 30 bis 50 Leute, die die Kleiderkammer in Anspruch nehmen. Wäsche können Sie auch waschen lassen. Und duschen. Wer draußen lebt, weiß es zu schätzen, dass hier eine Dusche zur Verfügung steht. Von wegen Elektro-Dings im Hauptbahnhof. Sind alle Gäste Obdachlose? Nein, es sind auch langfristige Arbeitslose, einige Behinderte, ältere Menschen mit begrenzten Renten, alle möglichen Benachteiligten. Ein oder zwei sind nicht wegen Armut dort, sondern um unter Menschen in einer freundlichen und sicheren Atmosphäre zu sein. Der Tagestreff ist eine wichtige Waffe gegen die soziale Isolation. Ach, das ist Lothar, der Kaffeeleiter. Er war wie Detlef Alkoholiker und mehrere Jahre auf der Straße. Er hat für seine Leute eine echte Liebe. Wie? War das ein Gebet? Hat er gerade gebetet? Ja. In der Heilsarmee wird viel Wert auf Gebet gelegt. Ja, fromme Spinner. Fromm sind sie auf alle Fälle. Spinner vielleicht auch. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Ohne ihren Glauben wären sie längst nicht so wirkungsvoll, wie sie sind. Wieso das? Ein Heilsarmist würde sagen, dass Jesus die Menschen verwandeln will. In der Bibel heißt es, gehört jemand zu Christus, dann ist ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Und weiter würden sie sagen, dass dieses durch ihre persönliche Erfahrung bestätigt wurde. Tja, wie gesagt, fromme Spinner. Auch wenn sie darüber skeptisch sind, gibt es gute soziologische Vorteile zur Glaubensbasis der Heilsarmee. Zum Beispiel? Der Integrationsfaktor. Die Tagestreffgäste werden immer eingeladen, an Gemeindeveranstaltungen teilzunehmen. Manche nehmen die Einladung an. Dadurch finden sie zum Teil eine neue Identität. Sie sehen sich nicht mehr so als benachteiligte Mitglieder einer Randgruppe, sondern als Teil einer größeren Gesellschaft. Im Frauenkreis sind die Hälfte der Teilnehmer ursprünglich aus dem Tagestreff. Macht die Heilsarmee sonst noch was, wovon ich wissen soll? Weltweit mehr, als ich Ihnen erzählen kann. Hier in Dresden machen sie Alten- und Krankenbesuche, auch Gefängnisbesuche. Sie bieten kostenlosen Deutschunterricht für Späteinsiedler an. Trauerbegleitung ist ein Teil ihres Dienstes. Sie organisieren Ausflüge und Wochenendfreizeiten und, nicht zu vergessen, den Katastrophendienst. Katastrophendienst? Ja. Die Heilsarmee ist in der ganzen Welt für Katastrophendienst bekannt. Sie waren bei den Erdbeben in der Türkei und im Iran. Sie haben Flüchtlinge in Rwanda und Kosovo versorgt. Sie verteilten Lebensmittel und Propangas unter den Irakis während des Krieges. Und bei dem Hochwasser 2002 in Dresden haben sie nicht nur Putzbrigaden für Betroffene organisiert, sondern in drei Wochen mehr als 23.000 warme Mahlzeiten verteilt. Naja, solche Frommspinner sind vielleicht zu ertragen. Oh, danke, dass Sie mich daran erinnern. Ich habe fast vergessen, die Bibelkreise, Gottesdienst und Gebetstreffen von der Gemeinde aus zu erwähnen. Sie scheinen ganz schön fröhlich zu sein. Ja, das sind sie. Und wo bekommen Sie das Geld her, das Ganze zu finanzieren? Eine gute Frage. Circa 10% bekommen Sie von Zuschüssen. Weitere 10% werden von Ihren eigenen Mitgliedern gespendet. Und die restlichen 80%? Also, wir können Sie das Geld her, das Ganze zu verheir. Und die zwei Seiten haben Sie das Geld. Und für die drei Jahre? Und eine gute Frage. Vielen Dank.